Oh, und bei denen ist es hier so unglaublich kalt im Flugzeug. Es ist ja quasi Außentemperatur. Da können sie die Fenster auch gleich ganz aufmachen. Sag mal, wieso klemmt die... Ich krieg hier nicht immer richtig meine Beine lang. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Vielleicht sollte ich einfach mal ganz kurz hier mein Bein hier hochstellen. Was macht man, wenn man nicht schlafen kann? Man schaut ein bisschen aus dem Fenster. Vielleicht kann man im Dunkeln ein kleines bisschen was sehen. Guck mal, steht da eine Frau auf den Tragflächen? Oh mein Gott, da steht eine Frau auf den Tragflächen. Sie ist aus der Kolonialzeit. Sie rührt ein Butterfass. Leute, die verschweigen uns was. Oder? Was? Nee, nee. Ach, war nur ein Vogel. War gar keine Frau aus der Kolonialzeit. War gar keine. Ach, das macht einfach die Müdigkeit. Vielleicht sollte ich doch auch so ein bisschen schlafen. Irgendwas andere auch hier hoch. Ja, subi bequem. Vielleicht klem ich mir das einfach hier. Nee, das ist zu kurz. Ne, klem ich das hier einfach hoch. Ah. Ach, das geht doch so alles nicht. Ah, und natürlich fängt da vorne ein Kind an zu heulen. Schlagen Sie es tot, es quält sich doch nur noch. Denken Sie mal an die anderen Fluggäste. Ah, es ist eine Zumutung hier in diesem Flugzeug. Ich hätte laufen sollen. Oder ich hätte mir eine Kutsche nähen sollen. Ich wäre am allerbesten von Irrnacht nach Deutschland mit einer Kutsche gefahren. Ah. Schauen wir mal, was die hier so haben. Hier haben wir doch einen Tomatensaft. Acht Euro? Acht Euro für einen Tomatensaft? Nee, danke. Sorry, aber nein, danke. Da ist ja Koks ein günstiger. Nein, danke. Ich möchte keine Lose. Nein, auch keine Zigaretten. Auch keine Artikel aus dem Shop. Nein. Nein, danke. Ich möchte nichts. Bitte gehen Sie. Gott, was ist denn das? Ist das eine Kaffeephase oder was? Scheiß billig, Airline. Ich fliege nie wieder mit Ryanair. Untertitelung des ZDF für funk, 2017